Willkommen in der Hellermann-Typen-Akademie. Das ist einer unserer vielen Geflechtsschläuche aus Polyester. Kunden, die große Mengen einkaufen, bestellen ihn in der Regel gleich auf richtige Längen geschnitten. Was ist aber, wenn Sie nur kleine Mengen benötigen? Dann helfen wir Ihnen gerne mit kleinen Boxen oder separaten größeren Rollen, wo Sie selber schneiden können. Nehmen Sie eine Schere, passiert das. Von einem Feuerzeug raten wir dringend ab. Wie es richtig geht, zeige ich Ihnen gleich. Ich nehme den Karton, ziehe den Geflecht gleich raus und dann verwenden Sie bitte einen feuerfesten Untersatz. Bewegen Sie das Heißschneidergerät auf und ab. Voila, fertig. Produkte von Hellermann-Typen. Wenn Sie wissen wollen, wie man die Länge eines Geflechtsschlauchs richtig ermittelt, das zeigen wir in einem gesonderten Video. Das finden Sie unten im Link in der Infobox. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie uns ein Like. Oder wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie in die Kommentare.